Bis jetzt, mein Freund, war ich nur ein Lump. Ich bin den Schönheiten nachgelaufen. Ich war schwierig. Aber nun, nun ist die Tugend zurückgekehrt in mein, in mein, äh... Herz. Jetzt ist die Tugend zurückgekehrt in mein Herz. Ich nehme die Frau nur noch für Geld. Ich lasse mich als Zuchthengst ausschreiben und lehre die Frauen, für eine gewisse Summe im Monat den Hintern spielen zu lassen. Nein, nein und nein. Du deklamierst mein Stück wie ein Gebetbuch. Und deine Lust am Spielen? Eingerostet? Ich tue, was ich kann, aber in dieser Kunst bin ich ein Laie. Das weiß ich. Du bist hier aber der einzige Schauspieler. Gib dir Mühe. Den Schluss bitte so, wie ich es dir gestern gezeigt habe. Wenn du sagst, den Hintern spielen zu lassen, dann musst du dich auch gleich so wiegen. Einverstanden. Doch zuvor erzähle mir eine aufregende Geschichte. Werde ich tun. Ich lasse mich als Zuchthengst ausschreiben und lehre die Frauen, für eine gewisse Summe im Monat den Hintern spielen zu lassen. Perfekt. Gleich weiter. Mir ist, als käme mir eine Vettel entgegen, die die Wirtsi schon überschritten hat. Sie bietet sich an. Ich ahne die weiche Tiefe einer Weisen. Zieh dich zurück. Los in die Hose. Das ist ein Vergnügen. Ja. Ja. Das ist ein Vergnügen. Untertitelung des ZDF, 2020